Freitagmorgen in Hamburg. Jana rollt bedrückt in ihren Tag. Die Chaos-Queen ist in Gedanken nicht ganz bei der Tour. Mach da ein bisschen Platz hier, komm. Ich bin größer, ich bin gelb. Die Farbe stimmt, der Rest fühlt sich nicht richtig an. Jana muss ihre heutige Tour nach Hannover ohne ihren LKW namens Tweety antreten. Heute fahre ich von Melli, meiner Kollegin, den LKW, weil ich Tweety in einer blöden Situation die Flügel gestutzt habe. Er ist jetzt gerade beim Doktor zum Richten. Ich habe im Terminal eben mein Außenstaufach aufgelassen. Beim Beladen ist der PVC dagegen gekommen und hat das alles etwas lädiert. Ja, traurig, traurig. Aber war letztendlich meine Schuld. Und ja, jetzt muss er halt wieder in Ordnung gebracht werden. Tweety ist an Janas Seite, seit sie ihr Leben in Hamburg begonnen hat. Die Vertretung ist dagegen nur ein großes, gelbes Gefährt. Es ist quasi schon irgendwo das gleiche Modell, was ich fahre. Aber es ist trotzdem halt nicht mein Auto. Es hängen nicht meine Gardinen drin, es sind nicht meine persönlichen Sachen hier. Und das ist halt, ja, für mich ist das irgendwie, ja, ist nicht mein Auto. Ist nicht Tweety. Nein. Richtig blöd gelaufen. Denn seit Wochen fiebert die 42-Jährige auf ein ganz besonderes gemeinsames Event hin. Ja, der ungünstigste Zeitpunkt ist halt wirklich aus dem Grund, wo ja morgen dieser Disco-Move ansteht. Das ist sowas, ich sage jetzt mal so, die kleine Schwester vom Schlager-Move in der 70er, 80er Musikparade. Und wir haben natürlich alle dann geschmückte Trailer hinten dran. Und das ärgert mich natürlich, dass ich da nicht mit meinem Schatzi fahren kann. Und ich bin schon irgendwie die ganze Woche ein bisschen traurig deswegen, aber es ist nun mal nicht zu ändern. Janas Truck wird zur Tanzfläche. Nur leider der falsche. Disco-Move ist jetzt bis jetzt in den ganzen Jahren das Nonplusultra, gar keine Frage. Und der Chaos-Queen wird noch eine weitere Ehre zuteil. Das Geile ist ja morgen, ich feiere ja nur wirklich den Disco-Move an der Pole-Position. Also deswegen ist es ja erst recht noch ärgerlich, dass Tweety nicht dabei ist. Jana an der Spitze der Parade. Ohne Tweety, aber mit fetten Beats. Das ist natürlich voll meine Mucke. Es ist eigentlich so ein bisschen meine Kindheit. Teilweise auch in der Diskothek, wo du sagtest, als Teenager lief die Musik, die lief selbst im Trabi bei meinem Vater früher, wo man die Ostsee in den Urlaub gefahren sind. Die begleitet dich halt immer irgendwo und du kannst immer mittrellern, du kennst die Texte und es ist immer so ein geiler Rhythmus, was dich aufpusht, sage ich jetzt mal. Vor dem Auffutschen kommt das Abladen. Nach 140 Kilometern Fahrt ist Jana beim Kunden in Hannover angekommen. Die 42-Jährige hat Glück. Heute ist sie die erste auf dem Gelände und wird sofort entladen. Nach drei Stunden Zwangspause geht es zurück in die Hansestadt. So, verschlossen, verriegelt, verrammelt. Und Tschüss. Reine Routine. Jana sitzt seit 18 Jahren beruflich auf dem Bock. Die letzten eineinhalb Jahre kurfte sie durch den hohen Norden. Ja, beim Abladen ging es jetzt relativ schnell. Also es waren viele, viele Kartons drauf und von dem her liegen wir voll im Zeitplan. Jana will pünktlich in der Spedition sein, um Tweetys Vertretung für morgen auf Hochglanz zu polieren. Doch eine Nachricht ändert plötzlich alle Pläne. Trucker Babiana führt morgen mit dem LKW den Hamburger Disco-Move an. Doch Liebling Tweety ist nach einem Unfall in der Werkstatt. Babylon 2 Graţ Präsident! Urspr"! Juniита… Jana fährt zum 1. Mal einen Party truck. Mit dem Leih-LKW wäre das nur die halbe Freude gewesen. mit dieser nachricht hatte die 42 jährige nicht gerechnet der füllsexplosion das heißt natürlich jetzt wir können morgen zum disco mit fiti fahren und ja es ist gerade emotionen ohne ende und ich habe schon lange keine tränen verflossen aber das sind gerade richtig freundenträger man jetzt muss das trucker babe aber erst noch seine tour zu ende fahren wir fahren jetzt alle vielleicht erstmal den leercontainer abgeben und auf jeden fall steht jetzt auf dem plan zwischen 16 und 17 uhr kann ich mein baby abholen zur einstimmung kann jana ja schon mal alle texte üben die morgen dran kommen könnten geht er los die mucke war jawohl disco test bestanden die party parade kann kommen die letzten kilometer in richtung containerhafen schwebt das trucker babe auf der vorfreude wolke die letzte abladestelle der woche ist nicht mehr weit danach darf jana den geliehenen truck abgeben und mit ihrem eigenen liebling ins party wochenende starten abgeben hat wunderbar geklappt ging super schnell und jetzt habe ich die oder gekriegt die abzuholen ja das heißt quasi wir haben wochenende und ja jetzt beginnen wir die party war jetzt werde ich langsam nervös nervös ganz nervös kein wunder immerhin waren die beiden fast drei wochen lang getrennt ich bin so stolz auf euch mein schlüssel no und das ging echt nicht mehr anders zu machen außer das raus rennen komplett was siehst du immer dann hast du so ein belliges teil nachher okay hey ich räume jetzt um schönes wochenende und danke wieder der umzug ist schnell erledigt er muss natürlich wieder mein betchen hinten rein und dem geht sich für die morgige party parade braucht wie die noch ein kleines wellness programm jetzt sollte man zusehen dass man noch schnell waschen selber auf dem neue geklebten können wir nicht drauf das heißt es eigentlich handläschen was uns kann passieren es kommen blasen oder geht wieder ab oder sonst irgendwas das heißt wir machen jetzt quasi mit den bürsten handwäsche untenrum auf deutsch gesagt und dann ja lassen es auch gut sein glück gehabt die lkw waschanlage hat noch geöffnet aus sorge um die folie auf der frisch verarzteten schwachstelle gibt jana genaue instruktionen super warte ich zeig's dir gleich das fenster ist zu gut also das ganze stück hier das hier ist ist neu also am besten du wächst mir nur hier nach vorne so mit dem dampfstrahler dass die spiegel sauber sind und ab das ist sauber ab hier unten würde ich sagen also hier so das lang zu doch der mitarbeiter hat entweder nicht verstanden oder kein verständnis noch wähnt sich das babe in sicherheit jetzt können wir uns wochenende starten party sicher scheiße der wird ja trotzdem nass du solltest doch nicht hier drüber gehen wie willst du jetzt abwaschen mach keine scheiße wenn die rotze runterkommt mach deine maschine an die springt ja langsam die maschine kommt nicht gegen die maschine kommt nur was ey sollte da nix drauf ey das ist heute katastrophen gekommen wenn sich die folie löst ist Tweety entstellt